Du willst wissen, wie du mit geringstem Zeitaufwand deine Hüfte und deinen Rücken aufdehnen kannst? Genau das erfährst du in diesem Video. Kurzer Leitfaden durchs Video. Schritt 1. Ein kurzes Warum. Warum sollte ich das Ganze machen? Schritt 2. Die Übung wird gezeigt. Schritt 3. Wir schauen uns die Dosierung an. Warum sollte ich das machen? Warum sollte ich die Hüfte oder Rücken dehnen? Weil Beweglichkeit nicht nice to have ist, sondern absolut essentiell. Wir haben kürzlich ein Video dazu gemacht, das verlinke ich nochmal hier. Beweglichkeit ist wie das Öl im Motor. Der stärkste Motor, das weiß jeder, geht kaputt, wenn zu wenig Öl oder gar kein Öl mehr drin ist. So verhält es sich mit deinem Körper auch. Und die Hüfte und den Rücken ist halt ein absoluter Schlüsselbereich. So, jetzt kommt die Übung. Die ist halt mega genial, weil beides gedehnt wird. Rücken und Hüfte und sogar auch beide Hüften gleichzeitig. Komm dafür bitte in einen großen Schneidersitz. Was meine ich damit? Schneidersitz ist klar. Wir kreuzen die Beine und wir gucken, dass Knie und Füße ungefähr bündig sind. Also so weit schiebe ich die Knie zusammen. Und jetzt hole ich die Beine nicht ganz ran, was man sonst vielleicht machen würde, sondern bleibe etwas weiter von mir weg, sodass hier fast so eine quadratische Geometrie entsteht. So, und von dort aus wollen wir uns jetzt nach vorne arbeiten. Damit wir wirklich die Hüften erreichen und nicht primär den Rücken, muss der Fokus bei der Beckenkippung sein. Also ich möchte das Becken nach vorne kippen. Also wir sind die ganze Zeit von der Konzentration her primär bei der Hüfte. Setz die Fingerspitzen vor dir auf und arbeite dich dann nach vorn. So, wenn du jetzt merkst, hier wollen schon die Knie explodieren und du kommst gar nicht in die Position rein, dann ist es wirklich Viertel vor zwölf und du solltest dringend anfangen mit deiner Mobility-Reise. In den Kommentaren pinnen wir unser Programm an, Mobility für Anfänger. Poppt auch hier oben nochmal auf. Das ist der mega gute Einstieg. Und auch die Basis für unser Mobility-Programm für Fortgeschrittene, was im November rauskommt. Und da gibt es dann auch ein separates Modul Hüfte und auch ein separates Modul Rücken. So, jetzt aber weiter mit der Übung. Ich habe meine Fingerspitzen aufgesetzt. Jetzt benutze ich meinen Atem. Mit dem Einatmen stelle ich mir vor, ich wachse aus dem Hüftgelenk nach vorne oben raus. Kippe das Becken nach vorne mit der Ausatmung. Versuche ich ein bisschen näher an die Oberschenkel ranzukommen. Lauf mit meinen Fingern ein bisschen weiter nach vorn. Halte die erreichte Position. Einatmen. Ich wachse. Ausatmen. Weiter nach vorne. Ja, und so arbeitest du dich nach vorne. Der Rücken darf und soll gerne rund werden. Super, den wollen wir auch dehnen. Aber bleib die ganze Zeit über mit dem Fokus bei deinem Becken. Immer wieder das Becken noch ein Stückchen weiter. Noch ein Millimeter mehr. Und eines schönen Tages kannst du vielleicht dann wirklich so weit nach vorne, dass die Stirn auch entspannt zum Boden kommt. Und die Übung ist auch für Fortgeschrittene sensationell, also wirklich für jeden geeignet. Jetzt noch die Dosierung. Wir machen hier einen passiven Stretch. Also wir öffnen und da sind immer zwei Minuten ein gutes Zeitfenster. Und dann haben wir jetzt hier eine kleine Asymmetrie drin. Das heißt, es gilt dann noch das Bein zu wechseln und nochmal zwei Minuten zu verbringen. Dann bin ich sicher, du hast ein richtig geiles Ergebnis. Es fühlt sich gut an. Das bitte gerne mal in den Kommentaren mir widerspiegeln. Und auch natürlich gerne ein Däumchen nach oben geben. Und das Video auch gerne mit Leuten teilen, die vielleicht auch an Hüfte und Rücken arbeiten sollten. Ich bin wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.